Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Vorstellung Nummer 3 im Endeffekt nach dem Neustart. Ich weiß gar nicht, wieviel das ist. Ich glaube die sechste insgesamt ist es. Und wir haben Murdoch letztes Mal eingenommen und sind da, glaube ich, noch am Kämpfen. Wir können ja mal gucken, ob wir da reinkommen. Kommen wir. Da waren, glaube ich, noch so ein paar Sachen, die wir da... Ah ne, da ist noch was. Und hier unten, ne, da sind Sprunglöcher. Gut, dann müssen wir noch gucken, dass wir hier, hier, das noch so ein bisschen einnehmen. Und das machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal da, was das jetzt hier ist. Das ist ein Unarm-to-Guard-Fost-of-Full-Ensemble-AI-Size. Ja. Können wir die mal da hinschicken? Können wir auch die da hinschicken, oder? Achso, wir sind bestimmt in irgendeiner Pause drin, ne? Kann das sein? Leertaste, Leertaste, genau so ist es. Oh, da schießt schon einer aus der Ferne. Okay, hier ist ein Turret, glaube ich. Aber das geht jetzt so richtig los hier. Wir haben ja auch noch Tipps, ne? Wir müssen auch mal gerade gucken, vielleicht gleich. Aber bei dem machen wir jetzt erstmal kaputt. Dann müssen wir hier noch schauen. Turret Schematik Server of Full-Ensemble-AI-Sentinals. Geht dann auch weg. Was ist das hier? Advanced Reserve Station of Full-Ensemble. Dann wäre es besser, das zu übernehmen. Ne, Unarm-to-Guard-Post. Ja, den müssen wir kaputt machen, damit die nicht wissen, dass wir hier sind, ne? Oder wie ist das? Okay, es ist jetzt hier aber schwierig, kaputt zu kriegen, oder wie wäre ich das? Ah, der Schild ist, glaube ich, durch. Jetzt kommt es ans Eingemachte. Und das war's. Hammer, was passiert, wenn ich hier in der Nähe bin? Da passiert nichts. So, jetzt müssen wir gucken. Logistical Command. Wir müssen ja eigentlich hier gewisse Dinge übernehmen, ne? Lass mal gerade gucken. Das war Malchow. Was braucht der Hummer noch Command? Ne, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Combat Factory. Irgendwo kommen die gegen Murdoch an dann. Ich weiß aber noch nicht, wo. Das lass mal so stehen. Das ist eine Fregatte. Combat Factory. Shield Battle Station. Roman. Ach, hier oben läuft die Zeit. Alles klar. Aber ich weiß jetzt nicht. War das mit Shift draufklicken, oder was? Ne. Gehen wir halt über die Karte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man da hinkam. So, jetzt sind wir hier. Und haben hier ganz viele Leute. Wir müssen jetzt hier das hier eigentlich einnehmen noch. Wo ist denn das Ding? Da. Crystal Command Station. Fleet. Build. Ah, ich hab hier wieder dieses Problem, dass der Bildschirm schmaler ist und dieses Ding weiter links anzuklicken ist. Schade. Anzeigefehler, ne? Meta Converter Spy. Da muss ich das hier anklicken. Kriegen wir auch in Tech Unlocks. Info Automation Settings. Hack TSS Capture. Tech Unlock. Ja, Tech Unlock ist klar. Das gibt's hier. Das kostet uns was. Wir haben hier 10.000 Research Points. Da haben wir ja schon einen von, ne? Irgendwo kommen gerade welche. Und das ist auch hier. Also das ist die Welle oder was. Die wir jetzt angreifen. Und wir uns gerade drum kümmern wollen, ne? Schicken wir die mal da hin. Dann passt das schon, oder? Die wollen ja von da nach da. Und das klappt nicht, weil wir hier abfangen, ne? Okay, das war's schon. Die Welle ist durch. Kann das sein? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. I wish you want to light up by weapons to grieve. Ne, ne, warte mal. Hab ich schon. Machen wir nicht. Ich denke mal, wir wollen hier mal ein wenig. Exotik. Exotik. Don't the fuck. Beside, but they include Gems-like parisads. All of these include numbers, it's only some mines. Piercing. Hatten wir schon. Raid. Raid chips will trade how I interpret your speed attack power. Raiding. Ich denke mal, wir wollen ja... Tenergie Highlight. Ich glaube, die verstärken wir jetzt mal noch. Die schwachen Schiffe da. Die werden jetzt upgrade, das kann das sein. Und hier haben wir jetzt das Factory. Und Flagship Factory. Da ist auch noch ne Factory. Das war Transport Flagship. Wie kann ich dieses Ding hier übernehmen? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? At Local Planets. Wir müssen noch mal nach Murdoch reingucken. Da war ja definitiv irgendwie was. Das Command Station war das nicht. Shield Wall Battle Station. War es das, was ich dann da brauche? Combat Factory. Wir haben das ja noch nicht eingenommen. Und der nächste Angriff kommt dann. Also, wir wollen hier hin. Match da. Die kommen ja hier wieder durch. Ist ja kein Ding durch dieses hier. Torage, Magic Server of Full, sonst wen. Kann ich das denn angreifen? Hackable 3 over 100, nine survival. Hacks. Ist das das? Verkaufeld Etc? Verkaufeld Etc? Hacker Fleet Strike 4 ja! Ok! Mal am Lied jetzt? ja das sehe ich wohl aber ich mache das mal noch weil die bomb war da noch sinn macht um abhol zu graden und jetzt hier kann ich denn da reingucken hier nach leheston da kann ich jetzt nix sehen build turrets, other defenses, station keepers, economic command, military command, kann ich build a placement command station here, the existing one is currently defined by other ok, economic, kann man auch nicht build, gut, was haben wir denn hier mit den tips, täglich unlocken, das habe ich schon gelesen eigentlich ne, muss ja hier hin ne, das heißt ich gehe jetzt mal nach murdoch rein, oh hier ist schon die party los, haben wir gar nicht mitgepricht was bauen wir denn da jetzt, station keeping a soul for gate, ok, ich hoffe die bauen das jetzt mal richtig das sieht so aus als ob das kommt und hier geht es richtig party ab, oder? die arbeiten auch, oder? ich glaube die werden weniger auf jeden fall, ne also den hat es jetzt gleich erwischt, aber das ist nicht schlimm glaube ich die drei sind jetzt gleich weg hier, sieht ja erstmal gut aus, oder? hier wird jetzt was gearbeitet, äh ich weiß nicht was die machen, ob die reparieren oder so, auf jeden Fall sind die da nicht geschützt, die da unten sind glaube ich geschützt, ne, oder? auf jeden Fall haben wir diese Welle gleich erfolgreich abgewehrt, oder? sieht auf jeden Fall cool aus mit den ganzen Feuerlanzen was ist mit ihm hier denn? und da ist auch was kaputt gegangen, ne? ok, da kommt die nächste Welle wieder aber die haben wir jetzt gleich geschafft, oder? da müsste einer abhauen und weg das war's, das wird jetzt repariert und das hoffentlich auch ich weiß jetzt nicht was wir mit dem Ding hier machen die müssen wir irgendwie ja noch bekehren sozusagen, ne? ja weiß ich auch nicht das war das hier, advanced resource station ich mach einfach mal was, oder? achso wir haben zu viele und deswegen müssen wir Single Hacker haben was machen die jetzt hier? Meta Converter, ich glaub den, placing Meta Converter ich glaub den können wir hier gebrauchen, oder? da kommt schon wieder die nächste Welle ist das der jetzt, der hier durchfliegen will, oder? da unten kommen müssen sie diesmal, ok aber die sind jetzt nicht so gerade die, die wir gebrauchten konnten, ne? das ist schon erledigt, oder was? dann bleibt mal da stehen hier kommt ja sowieso immer mehr ja ok, ich würde mal sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut wir haben jetzt schon ein paar Wellen abgehalten, die nach Melchow sollten aber wir müssen noch gucken, wie ich hier diese zwei Einheiten einnehme das muss ich nochmal checken und das machen wir alles in der nächsten Folge ich bin, äh, Vorstau ist es ja im Endeffekt ich, äh, würde mich freuen, wenn er wieder reinschaut mein Name ist das Reiter, das wisst ihr und, äh, ja, ich wollte jetzt gerade die Endstimmung bringen, aber die ist mir gerade im Fall ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch macht euch das Video an, äh, macht euch die Glocke an dann könnt ihr mitkriegen wenn ich das nächste Video hochlage, gerne Kommentare schreiben auch gerne, dass wir Video auf anderen Kanälen teilen macht auch ein Abo, wenn ihr noch keins habt das wäre ganz wichtig und, äh, ja, ich weiß nicht hab ich was vergessen zu sagen ich glaube jetzt nicht wirklich, ne ich bin total verwirrt mit diesem Spiel das ist so strategisch wichtig ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Runde von diesem Ding hier alles klar, bis dann, ciao! bis dann, ciao! bis dann, ciao! Vielen Dank.